Es ist zwar Freitag, der 13., aber wir beglücken euch heute natürlich trotzdem mit einem Tech-Täglich. In der letzten Ausgabe diese Woche haben wir Gerüchte zu einem neuen iPad, wir haben neue Bilder zum Galaxy S8, einen kleinen Tariftipp als Deal und eine neue Nintendo-Konsole. Bleibt dran! Das ist Berlin, das ist der Tech-Täglich. Wir haben heute mal wieder eine Sendung voll gepfropft mit spannenden Themen aus der Welt der Technologie und Unterhaltung. Fangen wir gleich mal an im Android-Bereich. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, Render-Bilder oder Photoshop-Bilder zu erstellen zum Galaxy S8. Wie könnte das Gerät aussehen, hat der Mann sich gedacht und ein bisschen rumgebastelt. Und herausgekommen sind auf Basis der bereits vorangegangenen Leaks ein paar durchaus überzeugende Bilder, die ein Gerät zeigen ohne Homebutton. Also ich bin wirklich immer noch sehr gespannt, ob Samsung wirklich das wahr macht, also ob im kommenden Gerät dieser Homebutton wegfällt und wo dann auch der Fingerabdrucksensor hinwandern wird. Wie gesagt, ich bin gespannt. Die Bilder seht ihr bei uns auf der Seite. Alle Links zur Sendung natürlich wie immer hier unter dem Video. Nintendo hat in der vergangenen Nacht bzw. am frühen Morgen unserer Zeit seine neue Konsole Switch im Detail vorgestellt. Also dass die Konsole kommt, das wussten wir ja schon vorher. Wir wussten auch schon, wie das Ding aussehen und funktionieren wird. Aber jetzt wissen wir auch unter anderem, wann das Ding erscheint und zwar Anfang März und wie viel das kosten wird. Nämlich 300 Euro, sogar noch ein paar Euro mehr. Das ist ganz schön happig. Auch das Zubehör ist relativ teuer. Trotzdem ist die Konsole als solche vom Konzept her ziemlich interessant. Also wir haben da ein Gerät, das in eine Basisstation am Fernseher eingelegt werden kann. Man kann aber auch Controller an die Seite packen und man kann auch einen externen Controller verwenden. Das Ding ist also total variabel und wenn man halt am Fernseher sitzt und weiß ich nicht, dann muss man irgendwo anders hin oder zum Beispiel mal aufs Klo oder was weiß ich. Da kann man sich einfach das Ding aus dem Dock rausholen und dann, wo man auch ist, unterwegs weiterspielen. Finde ich persönlich ganz spannend, aber auch ein bisschen zu teuer. Was ihr zur Nintendo Switch meint und auch zu den Launch-Titeln, die da auch angekündigt und gezeigt wurden, könnt ihr uns ja gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Bei Gigatec haben wir auch ein spannendes Produkt und zwar nennt sich das Blaze Laserlight. Und das ist ein Gadget, das kann man vorne ans Fahrrad dran klemmen. Sieht zuerst mal aus wie ein normales Licht, also einfach ein Licht zum Beleuchten, wenn es draußen dunkel ist. Das hat aber noch eine zusätzliche Funktion und zwar kann das per Laserstrahlen ein Fahrradsymbol auf den Boden projizieren und zwar deutlich weiter, als der normale Lichtkegel dringt. Das hat den Vorteil, dass man auch, wenn man ein bisschen weiter weg ist und wenn es dunkel ist draußen und über die Straße gehen will, schon sehen kann, dass es da bald ein Fahrrad heran hat. Also das Ganze klingt jetzt erstmal ein bisschen abgefahren, aber guckt euch mal das Video bei uns in dem Artikel an. Das ist nämlich durchaus sinnvoll, so sinnvoll, dass auch eine New Yorker Fahrradverleihkette ihre Fahrräder bereits mit diesem Blaze Laserlight ausgestattet hat. Und wie gesagt, es ist total abgefahren. Ich finde es wirklich spannend. Giga Apple hat einen Artikel über ein neues iPad, das in diesem Jahr erscheinen soll. Das hat eine neue Bildschirmgröße. 10,5 Zoll soll die Diagonale sein. Es gibt einiges, was darauf hindeutet. Und das Gerät soll auch, wie eben schon erwähnt, das Galaxy S8 ohne Fingerabdrucksensor kommen. Klingt abgefahren. Was auch spannend ist, ist, dass die Auflösung deutlich höher sein soll. Die Auflösung soll jetzt dem großen iPad Pro entsprechen. Aber weil der Bildschirm insgesamt kleiner ist, ist das Bild insgesamt schärfer. Also die Pixeldichte entspricht dabei der des iPad Mini mit 326 ppi, also Pixel pro Zoll Bildschirmdiagonale. Die Infos dazu und woher diese Gerüchte kommen, das lest ihr bei Giga Apple. Ja, und wenn ihr momentan noch auf der Suche nach einem Mobilfunk-Tarif seid, dann haben wir auch noch eine spannende Empfehlung für euch. Einen O2 Allnet Flat Tarif mit SMS Flat in alle Mobilfunknetze. Und das Festnetz mit EU-Roaming, zwei SIM-Karten, einer abschaltbaren Datenautomatik, was ja auch eigentlich ziemlich wichtig ist, weil ansonsten zahlt man dann doch mehr, als man denkt. Für 13,99 Euro im Monat. Wie gesagt, alle Links zu den Artikeln findet ihr hier unter dem Video. Ich verabschiede mich schon mal ins Wochenende. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte ein Like und ein Abo da. Und ja, bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal.